Modul 3 – Vorbereitung einer Exkursion Ich habe jetzt angefangen, meine Exkursion zu planen und bin schon zweimal an dem Ort gewesen, den ich mit den SchülerInnen besichtigen möchte. Das habe ich auch gemacht, damit ich weiß, wo genau ich hin will und ich habe sogar eine schöne Lichtung gefunden, auf der wir dann Tiere suchen können. Der Weg dorthin ist aber ganz schön unübersichtlich und lenkt schnell ab. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass die SchülerInnen zu sehr damit beschäftigt sind, sich in der ungewohnten Umgebung zu orientieren und sich nicht auf die Inhalte konzentrieren, die ich vorbereitet habe. Das wird vermutlich so sein, aber da können wir nicht viel machen. Das ist ja immer so, wenn man das Klassenzimmer verlässt. Eigentlich müsste man zweimal an einen Ort gehen, damit beim zweiten Mal wirklich gearbeitet werden kann. Ja, oder vielleicht hilft es, wenn man den SchülerInnen im Vorfeld nicht nur erzählt, sondern auch zeigt, wo es hingeht. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Es ist ja etwas anderes, ob ich etwas nur erzähle oder ob ich es SchülerInnen tatsächlich zeige und sie es sich schon mal anschauen können. Ihr habt recht. Eine Vorabbesichtigung des Exkursionsortes mit euren SchülerInnen macht Sinn, wie es auch die Theorie des Novelty Space von Orion und Hofstein von 1994 nahelegt. Dieser Begriff beschreibt die Gesamtheit der neuen Eindrücke und Herausforderungen, die bei einem Besuch an einem unbekannten Ort entstehen. Diese Neuartigkeit kann vom eigentlichen Lernprozess ablenken. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, diesen Effekt durch eine vorherige Erkundung zu minimieren. Eine detailliertere Erklärung zur Theorie des Novelty Space finden Sie übrigens weiter unten in diesem Modul in einem interaktiven ThingLink, den wir für Sie vorbereitet haben. Ich habe aber nicht die Zeit und Kapazität, mit den SchülerInnen zweimal auf eine Exkursion zu gehen. Wie kann ich das umgehen und trotzdem den Novelty Space beachten? Hier können euch digitale Tools helfen. Es gibt Anwendungen, die es ermöglichen, dass SchülerInnen sich Orte von Exkursionen anschauen und das im Klassenzimmer. Diese virtuelle Vorabbesichtigung eines Exkursionsortes ist eine effektive Möglichkeit zur Reduzierung des Novelty Space. Hierfür können wir die Anwendung ThingLink sowie Virtual Reality nutzen. Mit ThingLink können wir interaktive Bilder des Exkursionsortes erstellen, die Ihnen erlauben, vorab Informationen zu teilen. Darüber hinaus bietet ThingLink auch die Möglichkeit, 360-Grad-Panorama-Aufnahmen und VR-Bilder zu erstellen. Dies ermöglicht es, den Ort virtuell zu erkunden, als wären Sie bereits dort. Sie können sich umsehen, Details betrachten und sogar vorbereitende Aufgaben lösen. Übrigens, Sie müssen für dieses Erlebnis keine teuren VR-Brillen kaufen. Es gibt Alternativen aus Pappe, die Sie mit Ihren Schülern innen selbst basteln können und die mit Smartphones funktionieren. Auch die kommunalen Medienzentren verfügen über VR-Brillen, die Sie sich als Klassensatz ausleihen können. Die erstellten interaktiven Bilder und VR-Aufnahmen lassen sich dann einfach in Websites oder Lernplattformen einbinden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt auf der Hand. Wenn Sie den tatsächlichen Exkursionsort besuchen, sind Sie bereits vertraut mit der Umgebung, verlassen aber nur einmal das Klassenzimmer. Ihre SchülerInnen wissen, was sie erwartet und können sich voll auf die Lerninhalte konzentrieren. Diese Art der virtuellen Vorbereitung ist nicht nur effektiv, sondern macht auch Freude. Sie bereitet Ihre SchülerInnen optimal auf die reale Exkursion vor und maximiert den Lernerfolg vor Ort. Weiter unten finden Sie noch eine H5P-Anwendung, die nochmal genauer auf ThingLink eingeht, auch im Vergleich zu Genially, ein ähnliches Tool. Das ist ja super, das können sich die SchülerInnen der Klasse dann individuell anschauen. Genauso ist es gedacht. Und ihr entgeht der Unsicherheit des neuen Ortes und könnt euch dann bei der eigentlichen Exkursion auf eure geplanten Inhalte konzentrieren. Dazu kommt, dass die SchülerInnen in ihrem eigenen Tempo arbeiten können und sich auf die Inhalte fokussieren, die sie interessieren. Natürlich kann Virtual Reality echte Naturerlebnisse nicht ersetzen. Aber wenn man es richtig macht, kann VR eine Hilfe in der Bildung sein, was 2022 von Eckes, Moormann und Büssing gezeigt wurde. Das probiere ich direkt mal aus. Wenn auch Sie bereits interaktive Bilder oder ThingLinks entworfen haben, berichten Sie uns gerne im Forum von Ihren Erfahrungen und Stolpersteinen. Bis zum nächsten Mal.